Naja, du bist schon sechs Monate drin, meiner ist erst rein. Geht's jetzt noch mal von vorne los? Was Menschen? In der Zelle, dass man jetzt wieder von der Zelle durchs Klo kriechen müssen. Das ist bekanntes Territorium. Aber unter Zeitdruck klettern wird ein bisschen schwer. Ja. 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 Ja, sie sind schon auf der Poop. Ja. 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 Maschner? Let's time it with the thunder. Okay. Okay, sure. Uh. Just a couple of more like that. Hey, uh. Wow. What was that? Oops. Oh. Oh, shit. The thunder. I know, I know. Vincent. Yeah. See that tower? Yeah. That's where we're heading. All right. Hey, watch out. Shit. Oh, that's what's going on. Guck mal, wo der oben ist. Ich weiß nicht, ob das klappt. Boah, ich schwitter. Mann, die Frage ist, untenrum oder untenrum? Oder einer auf einer ohne. Ausschalten. Kann schnell wegziehen. Over there, from the wardens office. Passadegemann? Come on, over here. Fuck. Das war's für heute. muss so schneller in den hof wundervoll ja ja du bist schon drin du siehst du gar nichts irgendwas mitnehmen das brauchbares pacific ocean to be there right now gefragt ob man was machen kann africa i heard that place is filled with lines and shit ich hab das kabel kaputt gemacht also das telefonkabel abgerissen okay vielleicht so nett, da haben noch zertelefone im raum gestanden, die waren wohl nicht so wichtig shit schief schief Nein, 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 nein. Auf welche Seite? Weiß nicht. Bei mir sind die Bulle. Oh, bei mir geht es nicht weiter. Okay, dann müssen wir wohl da durch. Vielleicht müssen wir beide doppelt ausschalten. Oh, war doch ein guter Plan. Ja, ein guter Plan. Da ist die Tower. Schau für die Lichter. Los. Schau für die Lichter. Schau. Boah, ich hab mal wieder Glück. Ich hab das Gefühl, es bewegt sich, ne? Ja. Wow, guck mal, ich steh doch hinten drauf. Du warst so weit draußen. Du warst so weit draußen. Woah. Shit, ich muss raus aus der Suche. Ich hab das nicht gew觀. Sag' ich Gib euch. Verw быв dich? Schau' ich was. Schau' ich nicht an. Schau' ich. Was verletzt schon mal. Ich hab sie. Schau' ich dich das vor. Ich bin am Ziel. Ich bin auch schon an der Leiter. Ja, dann gehen wir doch erstmal ins Büro. Ich habe was brauchbares. Das ist so klar. Mach doch! Ja, ich klettern doch. Du musst klettern. Ich hämmere doch! Ja! Wow! Wie die Schüsse immer an der Zeit vorbeifliegen. Haben wir es geschafft? Das sieht so aus, als wäre man ausgebrochen. Ja. Ich bin einfach glücklich, dass es funktioniert hat. Oh mein Gott. Ich kann nicht wirklich glauben, dass du mich überrasst. Ich auch nicht. Ja. 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 Es scheint, dass wir ihn wirklich verletzten. Sie benutzen alles, was wir haben. Wir müssen bemerken. Ich bin nicht zurück. Ja, endlich mal andersrum, hm? Mhm. Komm schon. Ich glaube, du bist aber auch leichter zum Hochziehen als ich. Oh, verdammt! Körner sind überall. Wir müssen nachdenken. Ja. Wo müssen wir hin? Da ist der Bulle vorbei. Ja, aber wohin? Achtung. Bei mir kommen nächste ein. Können wir die auch ausschalten? Ja, aber wohin? Oh, 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 oh. Oh, ich bin zu schnell, ich bin zu schnell. Du, ich weiß nicht, ob mein Berg richtig ist. Denkst du, es ist richtig? Oh, du bist gar nicht mehr bei mir. Ähm, ich hab dich verloren. Aber da, wo du hinläufst, da kam ich her. Das ist ja schon mal vielversprechend. Ich glaub, man kann sie doch ausschalten. Ja, geht. Müssen wir alle ausschalten? Keine Ahnung. Also, ich hab jetzt angefangen auszuschalten. Da brauch ich dich. Ja, komm. Ich bin rechts. Moment. Ja, los. We need you all together to get past them. Careful, okay. Damn, how many cops are out of here? No clue. Just keep your head low. Let's just keep our cool and they won't see us. Batman is here, 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 and here. What about there? Now, I need you to get Johnson over there. Well, if I send Johnson, we're going to need some more men. I request a backup of the Sherrod. Alright, I'll send Johnson. What are you looking for? What? What? You could have said, no shit, Sherlock. No shit, Sherlock. Good. How long do you think we'll be out here? However long it takes for us to catch the infusion is against. They're probably hiding under a rock somewhere anyway. And we'll catch... That's... But you have to wait. I have to climb up here. I'll wait. 3... 2... Go! I'll get you out. I hope we can get past the sport. Now I get that back. What about you? I got a Cristian. I already got past the country. Ha 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 ha. I'm already getting past the country. Ha 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 ha. Did you ever get past the country? What the heck? Ha 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 ha. Wow. Und ab hier seht ihr in den nächsten Folgen. Das war's erstmal mit A Way Out. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Haut rein, wirklich macht mit euch sein. Ciao, ciao. Outro